Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was hat deine Leistung jetzt? 740 ungefähr Ja, das ist schon mal nicht schlecht Das geht schon Ja, das ist schon mal. Da geht noch mehr, ne? Geht noch mehr? Wie ein Bimbi vor uns. Ah ja. Macht halt Radau, ne? Gewaltig. Aber wer ist auch so durch den TÜV gekommen? Nö, keine Chance. Ja? Geht ne Öffentlichung klar. Oder nochmal drauf und fertig. Ich weiß nicht, es kann ja stillgelegt werden. Wahnsinn. Die Diskussion hatte ich mit denen schon öfters und sie konnten jedes Mal nichts machen. Wie alt ist er jetzt? Er ist 193. щig dort getötet. Ich bin hier, was derraten. ... und zu fahren ist eine Lösung. Geh. Wie alt ist er. Gibt es etwas, Sch? Ist das schon sicher? Oh, 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 oh. Schießt böse los, ne? Ich glaube, jedes Mal solche kleine Flammen dann. Was ist denn der Auspufftronner? Das ist vom SVR, von dem Rending. Das ist immer nur ein Stück holen, das war es. Man kann es nicht mehr hinten die Stoßstange dran lassen. Komplett werden geschnitten. Das bringt aber ordentlich Leistung, das Ding. Man merkt es, hört es. Letztes Jahr war es mit der Weiber unterwegs. War auch gerade das Treffen. Ja, da hatte ich die gerade mal gekauft. Die SRD-10, ne? Genau, ja. War ich auch mit Dennis da. Die gibt es schon nicht mehr. Ja, das habe ich leider gelesen. Ich finde das alles nicht. Ich kann es nicht mehr finden. Ja, was ich development, wenn man sich ihn versucht hat? Das ist alles. Ich werde das ganze Leben rauskommen. Das ist keine Reparatur. Ich bin das ganze Haus. Ja, da, da... Wie stelle ich den jetzt? Da drüben ist die Sonnenfläche vor den Hohen. Das ist jedes der Wahnsinn. Da drüben ist die Sonnenfläche vor den Hohen. 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 Da drüben ist die Sonnenfläche vor den Hohen.